Meine erste Supplement-Creme-Erfahrung war total überraschend. Obwohl es eine Creme ist, macht es das Haar super, super beweglich und gerade ein feines Haar oder mittelstarkes Haar bekommt ganz viel Freiheit. Wenn man das in die Hand nimmt, dann merkt man sofort, dass es so eine richtig kaschmierweiche Geschmeidigkeit macht. Bei dem Look geht es mir vor allen Dingen um Ruhe und um Glätte und einen ganz natürlichen Glanz. Ihr kennt das wahrscheinlich, jeder hat irgendwie zuhause so ein Lieblings-T-Shirt. Das kann man hervorragend mit allen möglichen Sachen kombinieren. Das sieht immer gut aus und das kann man sehr, sehr gut eben mit Supplement-Creme machen. Das passt eben hervorragend mit vielen anderen Sachen zusammen. Meine Empfehlung ist da Potion 9 und Supplement oder Wall-Up-Spray und Supplement. Potion 9 gibt mir Kraft und in Verbindung mit der Supplement-Creme habe ich einfach noch wesentlich mehr beweglich. Manchmal muss es einfach richtig viel sein und da ist die Kombination von Wall-Up-Spray und Supplement-Creme halb klasse, weil das eine macht mir halt super, super viel Masse und Volumen und das andere, die Cream, gibt mir einfach noch mal Definition und eine Klarheit. Wenn wir über Volumen und Masse nachdenken, darf nichts in das Haar reingenommen werden, was in irgendeiner Form das Haar wieder beschwert oder zusammengefallen ist und Supplement-Creme ist einfach schwer los. Es macht Spaß mit Supplement-Creme zu arbeiten, weil du kannst es ständig wieder erneuern und es bleibt schwer los. 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 3 3 3 2 1 3 3 5 4 5 4 5